Wie die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Hört, Marschalle! Die ihr ten nackt sein wollt! Regala. Häuptling Hilkaros größter Fehler. Diese Rivalen verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Karja! Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Hecaro hat uns verraten. Die Gesandtschaft beweist es. Und ihr Marschalle seid seine Komplizen. Dafür habt ihr den Tod verdient. Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns, Verbande. Lanzen! Formieren! Sie reiten Maschinen! Wo haben sie das gelernt? Silence. Verscharf! Komm jetzt mit uns! Oder gar nicht! Schützen! Heizt ihnen ein! Schützen! Wehrt sie ab! Flankieren! Zu den Karja! Überrennt sie! Das werden sie nicht schaffen. Öffnen die Tore! Öffnen die Tore! Öffnen die Tore! Öffnen die Tore! Karja! Gib mich nach! Los, Feuer frei! Ich sehe kein Ziel! Die Tore! Was war das? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Hey! Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! Bleibt in Deckung! Schützen auf dem Felsgrad! Da kommen sie! Da kommen sie! Da kommen sie! Gut! Das tut fast, eh? Nein! Das tut fast, eh? Das tut fast, eh? Das tut fast, eh? Ich bin's! Und das tut dem K SS du? Ja! Das tut dann! Ja, ich bin's! Das tutues, ich bin's! Was ist das? Nein! Nur noch wir beide waren! Wir packen das! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn, A-Loy? Ich habe ihn nicht vorgelegt. Ah, genug! ihr da fremde ich heute euch häuptling gewährt mir die ehre des vortritts gut ja 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 jetzt du kleine so ein schild habe ich noch nie gesehen ich sollte scannen ich kann sein schild durchbrechen wenn ich ihm schaden zufüge so das ist meine chance das klappt nicht das war ein ehrenhafter kampf ich werde dich verschonen männer seid stolz auf euch heute habt ihr die marsch helle dezimiert die kardia besiegt unser krieg gegen hikaru beginnt schaff ihn ins lager los wirst du es schaffen du ziehst ohne mich weiter nicht wahr bleibt mir wohl nur errennt vorerst los komm ich bring dich zur festung ich habe dich es ist aber es ist du das ist du du es ist du dass du du Lasst uns plündern, Jungs. Das hält wohl nicht viel aus, aber ich sollte damit gleiten können. Aloy, wir orientieren uns gerade. Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das sehe ich auch so. Die Marschalle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Kaja-Delikation wurde getötet. Mazar, Wadis, Fashav. Ein Massaker. Was hast du jetzt vor? Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer. Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenakt-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg vor dir. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Das wahre Reich der Tenakt liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenakt-Gebiet? All das da draußen? Das ist Niemandsland. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch diese Regala ignoriert das wohl. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen hatten Dornrücken. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Kaja und Osseram durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden. Du könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Es gibt da einen. Bei der Utaru-Grenze. Aber warum... Das ist schwer zu erklären. Damit gewinne ich einen Überblick. Wenn du meinst. Kann ich dir sonst noch etwas helfen, bevor du aufbrichst? Du meintest, es wären noch andere durch die Tore gegangen. Wer denn? Also nicht nur die Plünderer, die gerade durchgegangen sind. Auch andere Gruppen von Osseram-Stöberern. Zwei Kaja-Gelehrte sind mit einem Osseram-Trupp nach Südwesten. Weiß nicht, ob das besonders tapfer ist oder einfach nur dumm. Das Gebiet ist Niemandsland? So ist es. Früher griffen die Tenakt ab Pfahllicht jeden sofort an. Aber Awad stürzte den irren Sonnenkönig und versuchte sich mit den anderen Stämmen zu versöhnen. Die Tenakt akzeptierten für den Frieden eine neutrale Grenzzone. Seitdem stoßen Kaja und Osseram immer wieder dorthin vor. Aber nun sind dort wohl Regala und ihre Rebellenarmee. Also Niemandsland würde ich ohnehin niemals sicher nennen. Die alten Ruinen im Südwesten können das bezeugen. Reste eines vergessenen Krieges. Du hast die Utaro erwähnt. Ihr Land liegt zwischen hier und den Tenakt im Westen? Das stimmt. Sie wohnen in Rheinklangen. Ein friedlicher Haufen, verglichen mit den Tenakt. Sie sind mehr Bauern als Kämpfer. Wie kann ein Volk von Bauern im verbotenen Westen überleben? Das soll nicht heißen, dass sie sich nicht wehren könnten. Als die Kaja damals zurückgedrängt wurden, jagten ihre Krieger uns durch reinklangsbrennende Felder. Der Sonnenkönig machte ihnen diverse Friedensangebote. Sie lehnten ab. Warum? Ich dachte, sie sind so friedlich. Weiß nicht. Sie haben wohl ihre eigenen Probleme. Es mangelt ihnen an Nahrung. Allerdings versuchen sie nicht Handel zu treiben. Nein. Sie wollen nur ihre Ruhe. Du sagst, dass die Tenakt wohnen weit im Westen. Was wird mich auf dem Weg dorthin erwarten? Also, wie gesagt, es gibt da ein Stück Wildnis. Das ist Niemandsland und dann die Utaru-Farmlande. Und dahinter kommen die Tenakt. Ihr Gebiet ist auf drei Clans aufgeteilt. Wüste, Tiefland und Himmel. Ja, ich sah ihre Banner bei der Gesandtschaft. Am nächsten wohnt der Wüstenclan. Fieses Volk. Was für alle anderen unbewohnbares Ödland ist, ist für sie eine Herausforderung. Irgendwo jenseits der Wüste sind die Hauptstadt des Stamms und die Gebiete der anderen beiden Clans. Klingt nicht sehr genau. Ich kenne nur Geschichten. In den roten Raubzügen wollte die Kaja-Armee in Tenaktgebiet eindringen. Aber die vereinten Clans stellten sich ihnen. Zwangen sie bis in den Schrecken zurück. Also wissen nur die Tenakt, was jenseits der Wüste wartet. Vielleicht noch die Gelehrten in Meridian. Irgendwas muss ja in den Schriftrollen stehen, oder? Verscharf nannte Regala Rivalen. Der Tenakt-Häuptling hätte sie töten sollen. Ja, das hätte er wohl. Sie ist eine große Gefahr. Ihr Angriff war koordiniert und präzise. Bis du ins Spiel gekommen bist. Sie kannten sich hier gut aus. Sie wussten, dass Verscharf bei der Gesandtschaft ausgehändigt werden sollte. Wenn die Tenakt nicht mit ihr rechneten, hat sie ihre Armee monatelang geheim aufgestellt. Sie müssen hier ein Lager haben. Dort hatten sie sich versteckt, bis die Zeit reif gewesen war. Wegen Verscharf. Er wurde von den Tenakt gefangen genommen. Überlebte Jahre im Westen und starb kurz vor dem Sonnenreich. So sollten gute Männer nicht sterben. Er hatte noch so viel vor. Er wollte für Frieden zwischen den Karja und den Tenakt eintreten. Das wird jetzt nichts mehr. Was passiert jetzt mit ihm? Seine Leiche wird nach Meridian überführt. Als Vetter des Sonnenkönigs gebührt ihm ein offizielles, ehrenhaftes Begräbnis. Das wünscht sich jeder Soldat. Das mit Nozar und Wodis, das tut mir sehr leid. Zumindest starb Nozar im Kampf. Der Sonnenpriester? Also, so ein Tod hat niemand verdient. Ich sorge für eine angemessene Bestattung. Das ist das Mindeste. Meinst du, die Karja werden etwas gegen Regala tun? Ihr habt mit den Tenakt ja etwas gemeinsam. Eine Expedition der Karja-Armee in den Westen könnte als Beginn einer Invasion gesehen werden. Das wird Awad nicht riskieren. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir nie mehr derart überrascht werden. Ich sollte dann aufbrechen. Ich wünsche dir Glück. Die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Und das mit deinen Freunden. Die verarzten wir. Ich danke dafür. Die Sonne schütze dich, Eloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Also... ...der verbotene Westen. Eine ganz neue Welt zum Entdecken. Die Koordinaten des Turms sollten zu Silence und Hades führen. Und vielleicht zu... ...einem Gaia-Decker. Es wird nicht einfach da draußen. Die Plage, die Stürme, Regalas Maschinenreiter. Aber ich muss das schaffen. Ich muss die Welt retten, wie es... ...Elisabeth getan hätte. Die Anführerin der Fingerhals, Regalas. Befehle ich dir eine Menge Maschinen. Es gibt sonst nur einen Menschen, der über dieses Wissen verfügt. Silence. Aber was hat er vor? Warum hilft er den Nacktrebellen? Mal den Schildflügel ausprobieren. Warum klettern, wenn ich gleiten kann? Hat geklappt? Wow, okay. Jetzt kann ich wohl von jeder Klippe springen. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020